Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Ich bin ja gerade erst zurück von der Fotoreise Madeira. Ich habe meine ersten Fotos auf dem PC gesichtet und siehe da, mit Schrecken muss ich feststellen, ich habe leider Flecken auf meinen Fotos. Flecken, die von einer Verunreinigung stammen. Kennt ihr vielleicht, ich blende es euch hier mal ein, solche Flecken hast du dann irgendwie auf dem Foto. Ja, aber wo kommen die jetzt her? Kommen die aus meinem Objektiv? War da vielleicht eine Verunreinigung? Oder vielleicht sogar auf meinem Sensor? Der Kamera. Tja, wie ihr das unterwegs und natürlich auch zu Hause ganz einfach testen könnt, wo das Problem liegt und vor allem, wie ihr es vor Ort einfach beheben könnt. Und da müsst ihr auch keine Angst vor haben, all das zeige ich euch mal in diesem Video. Flecken auf dem Foto. Das ist natürlich super ärgerlich, gerade wenn du so das perfekte Foto hast und du bearbeitest es nachher nach, beziehungsweise öffnest es dir auf dem PC und denkst, verdammt, ich habe jetzt irgendeine Verunreinigung auf dem Objektiv oder auf dem Sensor. Tja, wie erkennt man denn jetzt, wo das Problem liegt? Wenn ihr es vor Ort schon feststellt, ist es gut. Das heißt, schon mal richtig schön vergrößern, vielleicht mal auf dem Handy auch schon nachbearbeiten, denn oft kommen gerade solche Flecken, solche Verunreinigungen erst bei der Nachbearbeitung der Fotos zum Vorschein. Jetzt habt ihr vielleicht vor Ort festgestellt, ihr seid im Urlaub am ersten Tag, so war es bei mir, verdammt, ich habe einen Sensorfleck oder ich habe irgendeine andere Verunreinigung. Tja, da ist natürlich die Frage, ist es jetzt ein Problem auf dem Sensor oder ist es vielleicht ein Problem auf dem Objektiv? Grundlegend sollte man natürlich seine Kameraausrüstung pflegen, das heißt, immer mal reinigen. Nicht einfach stiefmütterlich immer wieder einen Rucksack, sondern passt ein bisschen darauf auch und haltet sie in einem guten, sauberen Zustand. Ganz wichtig natürlich, Frontlinse, ihr Lieben. Frontlinse immer mal wieder reinigen, entweder mit einem Filtertuch hier vom Filterfotograf oder mit so einem Reinigungspen. Wir haben zum Beispiel ganz vorne ist eine Bürste dran, der hat ganz weiche Borsten und damit immer mal reinigen das Objektiv vorne. In der Regel werden solche Flecken auf dem Foto aber nicht von der Frontlinse eures Objektives stammen. Ich habe nämlich zum Beispiel Objektive, da ist leider auch schon mal so ein blöder Kratzer vorne dran, den siehst du auf keinem Foto. Der erzeugt auch nicht solch einen unschönen Fleck auf dem Foto. Tja, es könnte allerdings daran liegen, dass zum Beispiel euer Objektiv auf der Rückseite verschmutzt ist. Kann auch immer mal passieren. Das heißt auch ganz wichtig, hier hinten immer mal regelmäßig reinigen. Entweder erst mit einem Pinsel oder natürlich auch mit solch einem Blasebalg. Ganz wichtig, nicht nach oben halten, fällt neuer Staub rauf. Nach unten halten das Objektiv und vorsichtig ausblasen. Ja, nochmal rauf gucken. Meist sieht man dann schon, ist vielleicht ein Fingerabdruck drauf, ist mir auch schon passiert oder ähnliches. Und wenn ihr das alles gereinigt habt, ja, dann könnt ihr nochmal probieren und zwar vor Ort probieren, ob es daran schon lag. Ganz wichtig, wenn ihr das probieren wollt, ihr braucht einfach einen hellen Hintergrund. Nehmt euch ein Stück Papier oder sonstiges, dann nehmt ihr eure Kamera, schraubt euer Objektiv wieder rauf, fokussiert diesen hellen Punkt an, diesen hellen Untergrund. Und der muss hell sein, das ist ganz wichtig. Blende ganz weit zu, Blende 18, Blende 20, 22, was euer Objektiv hergibt. Und dann macht ihr ein Foto. Und wenn ihr dann auf diesem hellen Hintergrund immer noch die Verunreinigung seht, Tja, dann lag es nicht am Objektiv, sondern dann lag es am Sensor. Dann habt ihr einen sogenannten Sensorfleck. Viele Kursteilnehmer, wenn ich sage, Mensch, lass uns mal schnell eine Sensorreinigung machen, dann sagen sie immer, oh Gott, nein, eine Sensorreinigung, das kann nur ein Fachbetrieb machen. Mein Urgroßvater hat immer gesagt, was Menschen zusammengebaut haben, können auch Menschen reparieren. Und genauso ist es auch bei der Sensorreinigung. Hört sich erstmal ziemlich kompliziert an, ist es aber nicht, müsst ihr keine Angst vor haben. So, ihr habt also geprüft, ja, okay, es liegt nicht am Objektiv, es liegt tatsächlich am Sensor. Dann könnt ihr tatsächlich auch unterwegs, und auch das habe ich gemacht, im Hotel nämlich dann eine entsprechende Sensorreinigung selber durchführen. Dafür gibt es Zubehör, und zwar solche Sensorreinigungsswaps, die sind solche Streifen, die ihr dann entsprechend für die Reinigung nutzen könnt. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Ganz wichtig, achtet darauf. Die gibt es für Vollformat, die gibt es für APS-C, Micro4Cert, für jede Sensorgröße, gibt es ein entsprechendes Reinigungspad. Ganz wichtig. Und dann gibt es eine entsprechende Reinigungsflüssigkeit. Die habe ich zum Beispiel hier. Die brauchen wir gleich, wenn wir den Sensor reinigen. Wie gehen wir jetzt vor bei der Sensorreinigung? Nicht immer muss man eine flüssige Sensorreinigung durchführen. Es reicht manchmal auch schon, wenn ihr vorne mal euer Objektiv abschraubt. Ich habe zum Beispiel ja eine entsprechend spiegellose Kamera und einfach mal hier vorne auf den Sensor schaut. Tja, jetzt kann ich hier gar nicht raufschauen, denn wo ist mein Problem? Ja, genau. Ich habe nämlich Lamellen vor meinem Sensor bei der R. Also schalte ich sie mal ein und dann klappen die Lamellen hoch und dann kann ich hier vorne schon mal raufschauen. So ein bisschen gegen das Licht. Oft sind die Flecken so klein, die seht ihr mit bloßem Auge gar nicht. Auch hier könnt ihr als allererstes, bevor ihr feucht rangeht, Blasebalg ganz vorsichtig, Kamera nach unten, Sensor nach unten, vorsichtig reinpusten und den ganzen Sensor einmal auspusten. Ganz, ganz wichtig. Viele Programme haben zur Sensorreinigung entsprechende Programme. Also viele Kameras haben entsprechende Programme. Zum Beispiel auch hier bei Canon kann ich ins Menü gehen und kann sagen, ich möchte eine manuelle Reinigung vornehmen. Das ist ganz wichtig, dass ihr das vorher einschaltet. Bei Sony gibt es zum Beispiel auch durch entsprechende IWIS-Stabilisierungen der Sensoren solche Programme. Da wird dann entsprechend der Sensor fixiert. Auch bei Canon ist das der Fall. Wenn ihr eine Spiegelreflexkamera habt, sieht es natürlich ein bisschen anders noch aus. Dann müsst ihr an den Sensor rankommen. Wenn ich mir den jetzt aber angucke, hier vorne, sehe ich ja meinen Sensor gar nicht. Denn der Spiegel ist davor. Auch hier gibt es entsprechende Reinigungsprogramme. Ich zeige euch das mal. Kamera einschalten, ins Untermenü gehen und dann steht hier Sensorreinigung. Das bestätige ich und dann kann ich automatisch reinigen. Was kann man machen? Dann vibriert die Kamera quasi über den Sensor rüber. Das ist wie so eine Ultraschallreinigung. Und da könnt ihr schon Glück haben, dass so grobe Unreinigungen schon mal weg sind. Wenn das nicht funktioniert, müsst ihr manuell reinigen. Auch hier gibt es einen entsprechenden Menüpunkt. Manuelle Reinigung. Und dann steht hier Spiegel klappt hoch. Sensor reinigen. Dann geht er auf OK. Passt mal auf. So, und dann seht ihr, jetzt klappt mein Spiegel hoch und ich habe freien Blick und freien Zugang auf meinen Spiegel. Und dann kann ich den entsprechend auch schon mal einmal auspusten. Gleiches Prinzip. Kamera nach unten halten. Einmal vorsichtig auspusten. So, und dann muss ich den Hauptschalter auf OFF drücken. Wenn die Kamera Reinigung fertig ist, dann klappt das Ganze zu. Jetzt kann ich das nächste Foto machen. Also, nochmal weißen Hintergrund fotografieren. Blende ganz weit zumachen. Vergrößern und gucken, gibt es jetzt noch so einen dunklen Fleck hier auf dem weißen Hintergrund. Tja, und wenn ihr den noch habt, so war es in meinem Fall, dann ist klar, okay, da müssen wir mit härteren Geschützen hier herangehen. Im Übrigen, ganz wichtig zu wissen, wenn ihr sehen wollt, ihr habt zum Beispiel ein Foto und da habt ihr oben eine Sensorverunreinigung. Das ist klar. Ihr habt jetzt alles andere ausgeschlossen, ihr habt eine Sensorverunreinigung. Und ihr habt oben den Punkt im Bild. Dann ist das, wenn ihr vorne reinguckt, dann sucht nicht oben auf dem Sensor, sondern müsst ihr unten auf dem Sensor suchen. Denn das Bild ist ja spiegelverkehrt. Es klappt sich ja einmal quasi um. Das heißt, wenn ihr unten eine Verunreinigung auf eurem Sensor habt, ist sie im Bild oben. Ganz wichtig zu wissen, zum Umdrehen, dass ihr denkt, wo ist das denn, ich sehe es gar nicht. Ein bisschen umdenken. So, das heißt, okay, wir haben jetzt tatsächlich eine Sensorverunreinigung. Das ist ein Problem, aber das kann man beseitigen. Mit den entsprechenden Mitteln. Alles andere haben wir jetzt schon probiert. Wir haben das Objektiv sauber gemacht. Wir haben das Ganze ein bisschen ausgepustet. Es liegt am Sensor. Ja, dann reinigen wir den. Und das machen wir jetzt mal. Und zwar machen wir das live. Hier ganz wichtig, wenn ihr Spiegelreflexkamera habt, habe ich euch gezeigt. Eben ins Menü gehen, manuelle Reinigung. Spiegel wird freigelegt. Dann könnt ihr den gleichen Schritt machen, den ich jetzt hier auch mache an der Canon R. Das heißt, als allererstes brauche ich mal den Reinigungsmodus. Auch hier gibt es den bei Canon RSR. Dafür gehe ich ins Menü. Dann steht Sensorreinigung. So, jetzt kann ich jetzt reinigen drücken. Dann haben wir wieder diese Vibration. Das läuft im Ultraschallbereich. Oder ich mache manuelle Reinigung. Und die brauchen wir. Manuelle Reinigung. Bestätige das nach manueller Sensorreinigung. Hauptschalter auf Off stellen. Okay, habe ich verstanden. Drücke auf OK. So, wichtig ist immer, wenn ihr das macht, sowohl spiegellos als auch Spiegelreflex. Akkus müssen voll sein. Wenn die Kamera zwischendurch ausschaltet und ihr geht mit dem Sensor, swipe da drüber. Spiegelreflex, ganz schön schwierig. Klappt der Spiegel um, könnt ihr natürlich einen Sensor kaputt machen. Darauf achten, Akku muss voll sein. So, also, jetzt machen wir folgendes. Wir nehmen unser Objektiv ab. Dann liegt hier vorne mein Sensor frei. Ich bin im Reinigungsmodus. Ich puste vorsichtig noch einmal aus. Leg dann meine Kamera auf den Tisch. Mensch, Oberfläche, sollte staubfrei sein. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ihr seid zu Hause und seid super übervorsichtig, dann könnt ihr vorher noch mal ein bisschen mit dem Wasser, mit so einem Sprüher herumgehen. Aber es bindet ein bisschen den Staub. Normal brauchst du das nicht. Ich mache das so auch nicht. Ich habe meine Kamera tatsächlich im Hotelzimmer auf dem Tisch gereinigt. Dann ganz wichtig, hier, den Swipe, den müsst ihr rausnehmen. Bevor wir das machen, öffne ich mal hier die Reinigungsflüssigkeit, dass sie mir gleich zur Verfügung steht. Dann nehme ich diesen Sensorreinigungs-Swipe hier raus. Ihr seht es, hier oben, diese Breite, die entspricht jetzt der Breite, also der Höhe meines Vollformat-Sensors. Das heißt, ich kann mit einem Wisch den Sensor reinigen. Reinigungsflüssigkeit auf diesem Swipe. Es reichen zwei Tropfen vorne rauf. Jeweils seitlich, sieht man sehr schön, das verteilt sich dann sofort auf dem Swipe hier vorne drauf. Dann Kamera zur Hand nehmen und vorsichtig, nicht mit Druck, wirklich ganz leicht aufsetzen. Aufsetzen, der Swipe passt genau auf die Breite, auf die Höhe eures Sensors. Und dann ziehe ich einmal von links nach rechts und von rechts nach links. So, und das war sie. Das war meine Sensorreinigung. Jetzt mache ich folgendes, habe mir ja meine Kamera gesagt, danach schalte ich die Kamera aus. Sowohl APS-C als auch hier Vollformat. Und damit ist die Sensorreinigung erledigt. Damit sollte dieser Fleck, der vielleicht ein bisschen hartnäckiger auf eurem Sensor gesessen hat, der sollte dann verschwunden sein. Wenn ihr immer noch einen Fleck habt, danach empfiehlt sich natürlich das Gleiche immer noch mal zu testen. Das heißt, hellen Hintergrund. Könnt ihr auch auf eine Tapete machen. Im Hotel habe ich die Tapete abfotografiert und habe dann gesehen, verdammt ein Sensorfleck. Reicht völlig aus. Gleiches Prozedere nochmal. In der Regel ist das nach einmaligem Reinigen erledigt. Dann ist der Sensorfleck weg und ihr habt das Problem beseitigt. Sollte er immer noch da sein, wiederholt das. Nicht mit dem gleichen Swipe. Den wegwerfen. Wenn ihr den einmal benutzt habt, dann steckt ihr den hier rein. Schmeißt den in den Müll, dass ihr nicht nochmal in die Verlegenheit kommt, das Ganze nochmal zu benutzen. Vielleicht ist ja schon eine Verunreinigung drauf. Die würdet ihr wieder dann auf euren Sensor aufbringen. Macht das nicht. Neuen Swipe nehmen, neue Flüssigkeit drauf. Auf zwei Tropfen genügen. Einmal drüber wischen. Und das war's. Und dann kann es weitergehen mit dem Fotografieren. Ihr seht, das ist kein Hexenwerk. Wenn ihr nicht absolute Grobmotoriker seid, dann kann man das problemlos. Ihr habt es hier gesehen. Zwischentür und Angel kann man das schon mal reinigen. Überhaupt kein Problem. Und dann bekommt ihr auch weiter tolle Fotos. Dann ist es nichts ärgerlicher als so ein blöder Fleck mitten auf dem Sensor und auf eurem finalen Bild. Da fängst du an, jedes Bild nachzuarbeiten. Und manchmal ist es tatsächlich so blöd, dass der Fleck da sitzt, auf einem Motiv vielleicht. Und du kannst es nicht richtig rausarbeiten. Wie ärgerlich, oder? Ihr seht's. Kein Hexenwerk. Kann man machen. Spiegellos. Spiegelreflex, Microforza hat überhaupt kein Problem. Kann man alles selber machen. Schaut gegebenenfalls nochmal an die Anleitung. In der Regel hat jede Kamera einen Menüpunkt zur manuellen Reinigung des Sensors. Das ist ganz wichtig, dass ihr das immer einschaltet. Tja, und dann geht's weiter. Alle Dinge, die ich hier verwendet habe, verlinke ich euch unten im Video. Wenn ihr sie nicht da habt, könnt ihr sie euch dann entsprechend besorgen. Swipes habe ich auch immer im Rucksack, denn es geht ja jetzt gleich wieder los. Deswegen habe ich meine Kamera auch noch gereinigt. Es geht ja auf nach Spanien mit Peter. Neue Fotoreise. Vier Tage sind wir unterwegs. Es wird tolle Bilder geben. Ihr seht sie in einem der nächsten Videos. Tja, ihr Lieben, das war's. Kurz mein Tipp und auch meine praktische Anwendung. Euch mal hier gezeigt. Wie könnt ihr herausfinden, woran es liegt, dass ihr solch einen Fleck auf dem Foto habt. Und wie könnt ihr das Ganze natürlich möglichst schnell ausschließen. Liegt es am Objektiv, liegt es vielleicht doch am Sensor. Und wir könnt ihr das reinigen. Ihr habt's gesehen, ist ganz einfach. Könnt ihr euch zutrauen. Also tatsächlich, muss ich sagen. So, ihr Lieben, das soll's gewesen sein. Ich hoffe, das kleine Video hat euch geholfen. Ein bisschen Mut gemacht, das vielleicht einfach auch mal zu probieren. Menüpunkte nicht vergessen. Bisschen Sauberkeit ist ganz wichtig. Und dann funktioniert es auch mit der Reinigung der Kamera. Und weg sind sie, die bösen Flecken vom Sensor. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch dafür. Schreibt mir immer unten in die Videokommentare. Habt ihr euch auch schon herangetraut an eine Sensorreinigung? Macht ihr die auch immer mal wieder? Wie findet ihr das raus, ob ihr einen Fleck habt? Habt ihr vielleicht auch schon mal einen Fleck auf dem Sensor, auf dem Foto dann gehabt? Habt ihr euch im Nachhinein geärgert? All das schreibt mir gerne unten in die Videokommentare. Und wenn wir uns wiedersehen wollen in einem meiner neuen Videos, und ihr habt's noch nicht getan, dann abonniert doch gerne an dieser Stelle meinen Kanal. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis dahin. Bis zum nächsten Mal.